Oh, nein! 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 Das muss ich doch erst lernen. Mia! Jess, du darfst mich rausnehmen. Du darfst die Brille absetzen. Hier, deine Gäste! What the f***? Geht's noch? Spinnst du? Kapiert? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Obvious! Ich will das nicht auf mir. Du willst nicht? Dein Pech. Freu dich, offenbar bist du gut darin. Das ist schlüpfrig. Ich glaub's echt nicht. Emily, erzähl uns was über das Tattoo. Ist klar, Joey rafft's nicht. Jess beklagt sich, dass sie kein Hobby hat. Aber darin ist sie echt gut. Ist es wie ein Blowjob? Fast das Gleiche, nur eben bei einer Frau. Wie geht das? Was sagst du nun zu deinem Tattoo? Es ist ein Schock, aber es hat auch was. Glück gehabt. Also gibt's keine Scheidung? Nein. Wir haben die Ehe nicht zerstört. Danke. Danke? Was hast du getan? Wart's ab. Wir zählen von drei runter. Drei. 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 Ein. Du darfst die Brille aufnehmen. Oh, ***. Er hat Hitte. Oh Mann. Ist das echt ne dritte Brustwarze? Ja. Blöder Sack. Tut mir leid. Was steckt dahinter? Er hatte da mal ein Muttermal und wir haben ihn immer aufgezogen, er hätte eine dritte Warze. Er fand die dritte Warze aber gar nicht lustig. Jetzt hat er eine. Das ist übel. Ein Horrortattoo. Und es sieht voll wund aus. Das muss ich doch erst lernen. Miau! Fühlst du dich schon besser, Emma? Und wie? Vor den Stillen muss man sich hüten. Wie viele Jahre seid ihr befreundet? Fünf. Und wie viele Freundinnen hast du verloren? Fünf bis sieben. Fünf und sieben. Fünf und sieben, acht. Zwölf. Zeit für den Countdown. Twelve. Eleven. Ten. Nine. Echt. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Du darfst die Brille jetzt abnehmen. Two. Three. Yes, python. Three. Six. Three. Two. Ja, klar ist es technisch gut gemacht, aber es ist trotzdem ein fein. Was steckt dahinter? Renee muss in einer Beziehung der letzte Albtraum sein. Eine Ex hat ihr per Post geschickt. Eine Sch***er-Bund? Im Briefkasten? Per Einschreiben. Die Lektion ist schmutzig und deutlich. Bleibt ihr Freunde? Ja, ich habe eine neue Freundin.